so willkommen liebe leute bei weiteren dinge da draußen und das was man da ebenso schön grün sehen ist noch wie vor die stark austreibende gewöhnliche traubenkirsche eben eine die ersten die was so wieder macht ihr seht alle anderen drama noch ein bisschen verblatt grün da haben wir die hasel also da es geht zwar schon auf aber da ist noch nicht wirklich was los da ist interessanterweise und das merkt man jetzt glauben ich war jetzt selber ganz erstaunt ein götterbaum gebiet und der götterbaum der ist überhaupt ziemlich spät daran dass er dann sie wieder irgendwie belaubt und begrünt aber es sollte noch nicht ums grün gehen vielleicht macht man sie aber die bäume am besten so dass man sich die vielleicht genau anschauen man blüten da sein oder zumindest ja entweder blüten oder blätter so dass man das dann ein bisschen genauer bestimmen kann mir geht es da um gelbblühendes und ich werde sagen nein nicht schon wieder das buschwindrösschen beziehungsweise das gelbe windrösschen und nein keine angst das ist jetzt nicht mehr grundintention aber weil es gerade wieder sehr ich finde es eben so toll mit der experimentierfreudigkeit von mutternatur weil beim buschwindrösschen da wisst du praktisch diese variable anzahl dieser kronblattartigen blätter weil sie ja eben nur einfach blütenhülle ist das ist eben sehr variabel beim gelben mindrösschen schreibt man eben gern in diese bestimmungsbücher von fünf dieser kronblattartigen perigon blätter aber wie sechs da hinten zum beispiel das sind 67 zum beispiel also experimentierfreudigkeit beim gelben windrösschen aber es wird um gelbes gehen da muss ich noch mal ein stücker mit euch da aus der kraft bei allen übrigens weiß ich nicht ob ich es schon dazu gesagt habe die sind sehr sonnenbedürftig dass die blüte offen ist also wenn es regnet werden die nie so schön offen sehen und schabachskraut ist was man sich da genauer anschauen wird bei regen wenig geöffnet also nicht geöffnet sehen da gibt es jetzt wahrscheinlich findet ihr es schon blühend und ich werde mich bemühen dass wir es gemeinsam anschauen die die sumpftotterblume und die sumpftotterblume ist da voll die ausnahme in dem spiel die mag es sogar wenn es regnet da bleiben die blüten geöffnet und ist ein teil von ihrer bestäubungsstrategie was wirklich selten ist das praktisch das wasser wasser in der blüte dann sammelt mit herangezogen wird für die selbstbefruchtung also da wird praktisch gewollt dass der eigene pollen vom wasser irgendwie in der blüte um anhand geschwemmt wird und so zur selbstbefruchtung beitragt ich schabachskraut und ich bin so frei ich werde mir da eins proben das ist wieder eben 1 für die was verlangt dass man es zu ein bisschen einig wird ist eins für die mit dieser extrem variablen anzahl an blütenblättern und da werdet ihr euch jetzt festhalten bringt es mich bitte nicht um weil ich muss oder muss ich nicht aber ich möchte es erzählen auch da ist es jetzt wieder so dass es einfache blütenhülle nur gibt aber in dem fall sind es jetzt nicht kronblattartige perigon blätter sondern schaut mal da hinten seht ihr es also da würde man jetzt mal sagen können hey warte mal da hinten sind die kelchblätter also dann kommt mir sagen ist eine doppelte blütenhülle weil hinten kelchblätter und dann das gelbe waren dann die kronblätter und dann waren wir ja schon bei einer doppelten blütenhülle weit gefehlt das was wir da hinten sehen sind jetzt einmal ausnahmsweise eben kelchartige perigon blätter also das war die einfache blütenhülle und das was wir eben als gelbe blütenblätter wahrnehmen sind funktionale blätter also jetzt nicht geschlechtlich funktional für die verbreitung und samenbildung sondern es sind nektar blätter im grund für diese blätter wird eben nektar gebildet also aus lockmittel aus futter belohnung für bestäuberte was vorbeikommen sollen und da ist es halt dann voll interessant dass bei uns in unseren breiten die schabachskraut in der regel fast nie obwohl es gut besucht ist von insekten irgendwie samen ausgebildet und dennoch gibt es ganz viel davon wie funktioniert das hat mehrere verbreitungsstrategien also erstens es ist nicht unmöglich das samen ausgebildet werden aber zweitens erst zweitens über diese wurzeln knöllchen nahe grob das jetzt nicht aus vielleicht wir kommen sicher mal man die schabachskrautzeit noch weiter getiegen ist mal wo beim bacherl oder so vorbei und dann kann ich das leichter zeigen wenn es gleich interessiert vor was ich da rede es gibt sicher videos im kanal suchen und die verlinke was und eben bitte wieder als lexikon nutzen aber es sind eben wurzel knöllchen unter der erde da haben gesagt beim lärchensporn ist das ist eine hypokodyl knolle also das hypokodyl die wie sollte man sagen die mittelabteilung zwischen wurzelwerk und sprossachse also wo wurzelwerk und sprossachse zusammen kommen das wäre praktisch das hypokodyl bei dem ist das hypokodyl angeschwollen und da ist tatsächlich eine wurzel knolle also hat nichts mit dem hypokodyl zu tun sondern tatsächlich die wurzel bilden kleine knöllchen aus und diese kleinen knöllchen sind stand-alone austriebsfähig und können praktisch werden dann vom wasser weg gespült oder sonst was und verbreiten so das schabachsgrad aber nicht nur das ich schlappe mir da noch einmal eins man sieht es jetzt noch nicht selbst jetzt ist zum wieder eine bringen man sieht es noch nicht in diese platte axel bilden sie bull bilden bull bilden kommt davon was sein in dem fall also es gibt zwiebeln bull bilden und es gibt knollen bull bilden beide sand einfach ausbreitungs organe also in dem fall wird da in dieser platte axel kleine knolle gebildet und man das ganze dann verwelkt folgt die ganze knolle aus und bleibt liegen wird vielleicht vom regen vertragen und verschwemmt und kann so praktisch das schabachskraut durch die welt bringen finde ich voll interessant schabachskraut möglicherweise eben ans für die bekanntesten wildkräuter weil eben der name schabach für das kurbut also diese vitamin c mangel erkrankung ist schabachskraut gern hergenommen worden weil es eben ans die ersten frühlingsgrün ist und kennt sich vorstellen früher war das anders war man nicht so gut versorgt über den winter mit allen nährstoffen die was man gebraucht hat und dann war es natürlich ein segen man wieder grün auftaucht ist wenn man das verarbeitet und eingenommen hat das wieder dem körper wohl getan hat und zeitgleich ist eben auch dafür bekannt in der geschichte dass wenn es mal blüht sollte man es nicht mehr essen weil dann das Brot zu anemonien immer mehr worden ist das stimmt heute wahrscheinlich nur am rande ich würde sagen kostet es ist man schmeckt ob die blätter noch tauglich sind für den genuss oder nicht das stimmt schon je länger dass das in der blüte ist umso eher habt ihr die chance dass das schon scharf schmeckt oder unangenehm schmeckt aber zeitgleich hat es nicht nur mit der blüte zu tun sondern auch mit dem standort und jetzt machen wir schnell eine kleine beam reise miteinander ein scharbox kraut gibt es nämlich in varietäten und das wird dann auch ganz gern Sorten in Gärten anbaut aber alles was man in unseren gärten findet muss ja irgendwann einmal wo einen ursprung in der natur gehabt haben und da war ich letztens wieder wo wo ich das wieder gesehen habe ihr dürft sitzen bleiben und wir beamen kurz so erfolgreich gebeamt zu unserem Sortenstandort ja für unseren Garten gibt es verschiedene Sorten könnte man möglicherweise sagen da gibt es eben da das müsste oder könnte die Sorte Brampling sein nur ich bin da auf einem Naturstandort natürlich sind Sorten in unserem Garten nicht jetzt irgendwie mit Atomenergie und und genetischer Extremspaltung erzeugt worden sondern auch einmal irgendwo in der Natur vorgefunden und da gibt es natürlich einiges an Varietät was natürlich dann versucht wird weiter zu züchten und weiter zu geben und da sieht man eben da ein bisschen dieses Camonflage mäßige der Blätter also es gibt schwarze Flecken und silberne Flecken auf dem Grün so wird das nicht scharf was muss ich da machen dass das scharf weiter weg halten ja ich muss mich da weiter weg halten oder drauf trocken ähm also so Camonflage Geschichten es gibt dann Sorten mit weißen Blüten es gibt Sorten mit gefüllten Blüten ja und so füllen so manche Sorten unseren Garten ja genug gedichtet und gereimt wir beamen uns wieder zurück zu unseren super blühenden Standardexemplaren ihr dürft sitzen bleiben und los geht's so da sind wir nochmal ja tolle Sache ich werde sich Scharbox gerade wirklich auch oft finden nicht nur in Gebüschen das kann auch tatsächlich da ist halt jetzt nicht so mitten in die Wiesen wachsen also das ist wirklich stark stark verbreitet und man kann sich auch trauen dass man es mal kostet ich denke man muss auch keine große Angst haben wegen der Verwechslung da werde ich manchmal gefragt wie es denn ist ob man es dann mit der Sumpftotterblume verwechseln kann manchmal wächst wirklich Scharbox-Grad und Sumpftotterblume miteinander, untereinander und nebeneinander ja die Sumpftotterblumenblätter wie ich finde sind wirklich wesentlich größer und es würde euch jetzt nichts passieren wenn ihr ein bisschen Sumpftotterblume einbaut sie ist keine Speisepflanzen zeitgleich gibt es aber die Sumpftotterblume wahrscheinlich kommen wir da eher noch vorbei berichtet dass eben gerade diese Knospen habe ich da nicht irgendwo Scharboxkrautknospen irgendwo gesehen kapernmäßig eingelegt worden sind solche Dinge die Blätter nach mehrfachem abkochen genutzt worden sind aber ja muss man ja nicht machen gut ja es tut sich eh immer wieder was wie es ausschaut wir sehen es beim nächsten mal vielleicht ein bisschen brav sein der Wetterbericht sagt könnte sein dass Regen kommt und der Wetterbericht sagt das zwar nicht sondern das sage ich ich werde immer mit meiner Technik da irgendwie kämpfen zum Ende bei dem neuen Ding das verstehe ich nicht ganz dann hoher ich meine ich verstehe es schon ich kriege es nicht in den Griff aber ja ihr schaut es wahrscheinlich wie gesagt der am Telefon ja verzeiht es gut ja pfiert euch Baba jetzt aber wirklich und habe ich mit oder dem du 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 Untertitelung des ZDF, 2020